entscheidungen sarah sah ungeduldig auf die uhr es war spät geworden auf das buchen seiner hand konnte er sich schon lange nicht mehr richtig konzentrieren seufzend stand er auf und stellte es zurück ins regal dann nahm er die teetasse und brachte sie in die küche nur einen moment später erschien harry mitten im raum wieder sackten ihm die beine weg sein vater reagierte schnell und bekam ihn gerade noch zu fassen ehe er auf den boden fiel mist keuchte der junge in den arm von snape ich dachte langsam hätte ich den dreh raus schwer atmend rappelte er sich auf severus lächelte das hat ganz schön lange gedauert wie war es in den worten des mannes hörte harry aufrichtige sehnsucht heraus er ging auf ihn zu und drückte ihn fest an sich von regalus sagte er und legte seinen umhang und die kette ab danke also ähm ja es war wirklich schön du hattest recht mit ihm zu reden hilft irgendwie besorgt sah der tränkemeister seinen sohn an inzwischen konnte er in ihm lesen wie in einem buch die blutadoption schien das noch verstärkt zu haben zwischen ihnen war eine art band entstanden und so sah er auch deutlich dass harry geweint haben musste er ging auf ihn zu und legte ihm eine hand auf die wange alles in ordnung ja dad mach dir bitte keine sorgen ich ich sollte schlafen gehen ja mach das aber harry du weißt du kannst immer zu mir kommen oder der griffender nickte lächelnd ging auf seinen vater zu und gab ihm einen kuss auf die wange ja ich weiß dad eine stunde später machte sich auch der tränkemeister bett fertig er konnte nur ahnen was seinem sohn umtrieb und er war sich sicher dass es mit draco zu tun hatte nachdem was place beanie ihm erzählt hatte war klar dass auch der slithern mehr für seinen sohn empfand als bloße freundschaft dies war auch der grund warum er dem plan der beiden jungen heute zugestimmt hatte er war sich nicht sicher ob es funktionieren würde aber etwas besseres war auch ihm nicht eingefallen als er zu seinem badezimmer kam ging er noch einmal in das zimmer seines sohnes im fahlen licht erkannte er sofort wie unruhig harry schlief seufzend trat er in das bett ließ den jungen etwas zur seite schweben und legte sich neben ihn sanft strich er ihm über die haare sofort wurde er ruhiger und kuschelte sich eng an seinen vater dieser lächelte legte den arm um seinen sohn und schlief wenige augenblicke später ein als place beanie am nächsten morgen erwachte stand draco neben seinem bett und sah ihn ernst an er setzte sich auf und rieb sich müde die augen was wollte er verschlafen wissen sag mal wann bist du gestern gekommen hat's neb dich jeden kessel mit der zahnpüste schrubben lassen was nein ich musste nur zeilen schreiben sagte blaze stand auf und verschwand im bad als er wieder raus kam stand draco noch exakt an derselben stelle und starrte ihn an blaze rollte mit den augen ok was willst du hören ja das nachsitzen war schnell vorbei und ja ich habe mich noch mit jamis getroffen zufrieden mutter sagte blaze und grinste das war immerhin nicht ganz gelogen draco warf ein kissen nach ihm hey aber warum sagst du mir das nicht ist also alles wieder gut bei euch ja ja alles ok ich sagte doch ja ich vertraue dir trotzdem das ist alles sehr merkwürdig und jetzt komm frühstücken mal sehen ob dein liebster noch sitzen kann lachend rannte draco aus dem zimmer gefolgt von einem schnaubenden blaze severus snape machte sich ohne frühstück auf den weg zu elvis dumbledore der schulleiter hatte um ein gespräch gebeten der tränkemeister hatte nur wenig lust darauf aber er hatte bereits darauf gewartet als er von den beiden wasserspeiern stand straffte er die schultern und sagte salz toffee er betrat das vertraute büro elvis saß hinter seinem schreibtisch der phoenix fogg saß auf seiner stange und taxierte den besucher severus mein junge schön dass du da bist setz dich doch der direktor wies auf einen stuhl direkt vor dem tisch der tränkemeister tat wie ihm geheißen und elvis hielt ihm eine schale hin zitronendrops tee danke nein direktor snape hielt abwehrend die hände hoch na schön also wie ist es dir und harry ergangen seit dem festessen danke direktor uns geht es gut ich bin aber sicher nicht hier um smalltalk zu halten also was wollen sie ah ich sehe schon du hast mich durchschaut nun gut also zum einen möchte ich dir mitteilen dass die dursleys ähm bestraft wurden du wirst dir denken können von wem fragen sah der ältere zu dem anderen remus sagte dieser ruhig elvis nickte sie leben falls dich das interessiert nicht wirklich weiter also weiter ich würde außerdem gerne wissen wie es dazu kommt dass in meiner schule ohne mein wissen ein port schlüssel benutzt wird severus war nicht wirklich überrascht dass elvis davon wusste der dunkelhaarige stand auf und ging einige momente im raum auf und ab er musste es ihm erzählen elvis dumbledore wusste vieles was in seiner schule passierte aber das was vor weniger als einem jahr auf dem astronomieturm vorgefallen war das ahnte er sicher nicht und trotzdem musste er es wissen denn er war daran nicht unschuldig elvis hast du eine ahnung was letztes jahr vor weihnachten vorgefallen ist irritiert sah der direktor den lehrer an natürlich weißt du es nicht wie auch severus versuchte seiner stimme einen festen klang zu geben harry er hat versucht sich das leben zu nehmen er wollte vom astronomieturm springen und wer weiß wenn draco nicht gekommen wäre verstehst du das elvis er wollte nicht mehr leben du hast ihn ignoriert umbrich hat ihn gefoltert und seine angst von den dörstlichs war so groß wie nie der tränkemeister stockte im blick des direktors spiegelte sich fassungslosigkeit ja du hast richtig gehört und du weißt in welchem zustand wir ihn befreit haben er wurde misshandelt vernachlässigt und gedemütigt er ist zutiefst traumatisiert und dann noch der selbstmordversuch sag mir elvis wie soll seine seele ohne hilfe heilen er bekommt hilfe von einem menschen der darin ausgebildet ist und dafür muss er aus dem schloss daher der portschlüssel snape ließ sich wieder auf den stuhl sinken er sah ins leere schließlich stand dumbledow auf und setzte sich neben den tränkemeister es tut mir leid severus du musst mir glauben ich wollte das alles nicht natürlich darf harry weiterhin zu regulis aber seid bitte vorsichtig snape nickte und stand auf war das alles nein ehrlich gesagt brauche ich deine hilfe der direktor hielt dem tränkemeister seine hand entgegen severus griff vorsichtig danach und untersuchte sie was für ein fluch ist das gewesen wollte er besorgt wissen severus das ist schwierig ich sagte dir bereits im sommer dass es gründe hat warum slughorn hier ist er er hat mir eine seiner erinnerungen gegeben dafür biete ich ihm schutz vor waldemort was für eine erinnerung wollte severus äußerst angespannt wissen nun du weißt sicher dass tom auch ein schüler von horridge war er fragte ihn nach horcruxen der tränkemeister sucht scharf die luft ein er bis vor ungerät fort horridge erzählte ihm alles was er darüber wusste er ahnte nicht was tom mit der information wollte am ende fragte ihn ob es möglich sei bis zu sechs horcruxen herzustellen wieder antwortete horridge wahrheitsgemäß wies aber darauf hin dass dies natürlich mit sechs morden einhergehen müsse und das würde wohl keiner wollen nun severus ich nehme an dass es waldemort gelungen ist wenigstens sechs horcruxen herzustellen einen konnte ich auch spüren der ring dem ich das hier erhob die verkohlte hand zu verdanken habe ich habe ihn zerstört aber ich war geblendet von der macht den der ring hatte die macht tote wieder zu bringen der stein der auferstehung geschockt setzte sich snap wieder albus wie konntest du ich kann den fluch nur eindämmen aber aber er wird dich umbringen verstehst du natürlich trotz allem müssen wir auch die anderen horcruxe finden und zerstören nur dann kann er vernichtet werden na schön aber was sind die anderen horcruxe einen hat den sohn im zweiten jahr zerstört natürlich das tagebuch und die anderen ich weiß noch nicht genau aber ich werde es noch herausfinden aber bis dahin müssen wir und den sohn verstehst du warum was hat er damit zu tun du glaubst doch nicht wirklich an diese prophezeiung mein sohn wird nicht derjenige sein der den lord tötet hörst du mein sohn nicht severus bitte ich will auch nicht dass er in gefahr gerät aber nichts aber das gespräch ist beendet ich werde meinen sohn beschützen bis zum bitteren ende das verspreche ich dir ich habe viele fehler gemacht aber ich werde nicht zusehen wie er stirbt nicht schon wieder so und nun muss ich in den unterricht ich werde später noch seine hand sehen mit diesen worten drehte sich der tränkemeister um und verließ das büro als er wieder neben den wasserspeiern stand lehnte er sich gegen die kühle steinwand was er erfahren hatte war entsetzlich die horcruxe zu zerstören war eine sache aber sie zu finden würde schwer werden und da war noch etwas das ihn beunruhigte etwas was elvis gesagt hatte etwas was für ihn noch nicht wirklich greifbar war seufzend stieß er sich von der wand ab und ging in richtung seines klassenzimmers luna lovegood war müde sie hatte die gesamte nacht nicht wirklich geschlafen als sie wieder in den ravencloth rumgekommen war hatten die mädchen aus ihrem jahrgang die tür zum schlafraum magisch verriegelt also hatte sie die nacht mehr schlecht als recht auf einem der sofa verbracht doch das hatte auch was gutes sie konnte über alles nachdenken was blaze gesagt hatte noch einmal sah sie sich in dem raum um der ihr zuhause sein sollte die schüler die laut redend und lachend an ihr vorbeigingen beachteten sie nicht einige rempelten sie sogar an ihr entschluss stand fest trotzdem beschlichen sie zweifel was wenn blaze nicht recht hatte was dann seufzend ließ sie nun in den leeren schlafsaal natürlich hatten sie immer wieder kissen und decke versteckt aber das war nun nicht wichtig luna bückte sich und löste ein dielenbrett unter ihrem bett hier versteckte sie dinge die die anderen auf keinen Fall in die finger bekommen sollten sie packte die sachen sorgfältig in ihre schultasche und verließ den raum ohne sich noch einmal umzudrehen sie ließ das frühstück ausfallen und lief direkt zum klassenzimmer für zauberkunst sie hoffte dass professor flitwick schon in seinem büro wäre als sie vor der tür stand atmete sie tief durch und klopfte an sie war erleichtert als ein herein erklang felius flitwick saß hinter seinem schreibtisch und sah auf als die tür sich öffnete oh miss lovegood so früh was kann ich für sie tun guten morgen professor ich ich also ich habe ein anliegen und das fällt mir nicht leicht der kleine professor hob eine augenbraue er sah die sorge im gesicht seiner schülerin nun setzen sie sich doch bitte und erzählen sie er dortete auf einen stuhl vor seinem tisch und luna nahm platz abwartend sah er sie an wie gesagt ich weiß nicht wo ich anfangen soll ich ich würde gerne ich würde gerne das haus wechseln flitwick sagte kein wort also sprach luna weiter ich weiß daß ich eigentlich nach ravenclaw gehöre genau wie mein vater und meine mutter aber aber seit meinem ersten jahr werde ich von meinen hauskameraden gemieden bestohlen ausgesperrt und verspottet ich weiß ich bin nicht wie andere aber aber ich dachte ich weiß auch nicht ich weiß nicht ob es in einem anderen haus anders werden würde aber in griffindor und auch in slytherin habe ich wenigstens etwas das ich in ravenclaw nie hatte freunde sie brach ab sie wollte nicht weinen nicht jetzt doch luna konnte nicht verhindern dass ihr einige tränen über das gesicht liefen fiel es flitwick stand auf und reichte seiner schülerin ein taschentuch luna sah auf in den augen des lehrers sah sie bestürzung ist lovegood luna warum warst du nicht vorher bei mir nie in all den jahren sagte er sanft hilflos zuckte die ravenclaw mit den schultern ich weiß nicht ich dachte einfach es würde dann nur schlimmer werden aber nun hatte ich irgendwie gehofft dass ich meine letzten zwei jahre in hogwarts eventuell unter freunden verbringen könnte ich weiß das war eine dumme idee ich gehe lieber vergessen sie was ich gesagt habe luna stand hastig auf luna setz dich bitte wieder der ton des kleinen professors duldete keine widerrede die blonde nahm wieder platz und starrte auf ihre fußspitzen es tut mir furchtbar leid sicher wäre es besser gewesen zu mir zu kommen aber ich verstehe dich ich kann nur ahnen was sie dir angetan haben aber ich kenne dich als fröhlichen aufgeschlossenen kluge menschen nie hätte ich gedacht dich mal verzweifelt zu sehen daher stimme ich so wie es mir auch tut dich zu verlieren einem hauswechsel zu luna sah überrascht auf das das geht wirklich natürlich geht das es kam bis jetzt selten vor aber es geht der sprechende hut kann dich noch heute neu zuteilen wenn du möchtest luna schluckte schwer nickte dann aber gut phineas würden sie bitte dumbledore bescheid geben flitwick sah zu dem porträt eines weißhaarigen zauberers dieser nickte und war im nächsten moment verschwunden nun ich danke dir dass du bei mir warst luna ich danke dir für die letzten jahre als ravenclaw und du wirst mir fehlen versprich mir dass du nie verleugnest wer du bist du bist mutiger als du annimmst gerührt nickte luna es blieb eine weile still zwischen den beiden dann erschien phineas wieder in seinem porträt miss lovegood kann sofort zum direktor auf wenn sie es wünscht das passwort ist salz toffee danke phineas sie haben doch jetzt eine freistunde nicht wahr philius flitwick wechselte wieder zum sie und lächelte luna aufmunternd zu ja professor ich werde gleich gehen und professor vielen dank für alles sie sind ein wunderbarer lehrer schon gut gehen sie die ich auch weine das wollen sie bestimmt nicht sehen lächelnd nahm luna ihre tasche und verließ das büro was meinen sie phineas ich meine dass die ravenclaws mal wieder in einer erinnerung brauchen für was dieses haus steht es ist eine schande das arme mädchen so sehe ich das auch heute abend vor wut schnaubend setzte sich der professor wieder hinter seinen schreibtisch gleich würden die ersten schüler kommen und er musste es schaffen sich bis dahin wieder zu beruhigen luna lief mit pochenem herzen in richtung dumbledores büro sie wusste nicht was sie denken oder fühlen sollte nur eines wusste sie heute abend würde sie in einem anderen bett schlafen ein bett das kissen und decke hatte als sie an den wasserspeiern stand sah sie nach oben sollte sie das wirklich machen ehe sie das postwort überhaupt sagen konnte gaben die wasserspeier bereits den eingang frei überrascht die klune nach oben und betrat das büro des schulleiters miss lovegood kommen sie ich ahnte dass sie vor der tür stehen würden setzen sie sich doch er bis dumbledore wies lächelnd auf einen der stühle guten morgen professor vielen dank zitronendrops fragte er lächelnd und reichte der ravenclaw eine schale danke gerne luna griff nach der süßigkeit elvis sah sie über seine halbmondbrille ernst an nun miss lovegood finnys hat mir alles erzählt sie müssen das ganze nicht noch einmal wiederholen ich möchte nur wissen ob sie ganz sicher sind ein hauswechsel passiert nur selten denn meistens irrt der sprechende hut nicht aber bei ihnen scheinen die umstände auch anders sein zu liegen also ich bin mir sicher sagte luna mit fester stimme nun gut dumbledore stand auf ging zu einem regal und holte den alten hut von ganz oben kommen sie zu mir und setzen sie sich auf diesen hocker zögern stand luna auf ging zum direktor und setzte sich bereit versicherte sich dieser noch einmal das mädchen atmete tief durch und sagte bereit im nächsten moment setzte elvis ihr den hut auf den kopf abonniere 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 abonniere